Der Zeitzer Bahnhof wird seit einigen Jahren renoviert. Die Gesamtinvestitionssumme, die hier investiert wird, beträgt 13 Millionen Euro. Der Sachgebietsleiter für Gebäude- und Flächenmanagement der Stadt Zeitz, Jörg Meiniger, erzählte Ihnen einiges zur Entwicklung und zum Konzept des Bahnhofs in Zeitz. Wir befinden uns hier im Zeitzer Bahnhof. Dieses Gebäude wurde 1915 errichtet. Es hat also eine hundertjährige Geschichte. Im Jahr 2013 war in Zeitz das Jahrhunderthochwasser, was auch dieses Gebäude massiv geschädigt hat. Seit diesem Jahr steht die Stadt Zeitz aktiv in Verhandlungen mit der Deutschen Bahn, um Konzepte zu entwickeln für dieses Objekt. Im Jahr 2015 ist durch die Deutsche Bahn AG die Entscheidung getroffen worden, dieses Gebäude zu verkaufen. Daraufhin hat die Stadtverwaltung mit dem Stadtrat der Stadt Zeitz gemeinsam die Entscheidung getroffen, dieses Gebäude zu erwerben. Im Jahr 2016 wurde dieser notarielle Kaufvertrag abgeschlossen. Wir hatten die Möglichkeit, in die Hochwassermaßnahmen der Deutschen Bahn einzusteigen und ebenfalls im Jahr 2016 noch Hochwassermittel zu akquirieren. Jetzt kommt die Stadtverwaltung. Heute insgesamt ca. 13 Millionen finanziellen Mittel zur Verfügung, um dieses gesamte Gebäude zu sanieren. Mit dem Bau wurde im Herbst 2017 begonnen. Während der Baumaßnahme haben wir uns natürlich dann aktiv darum gekümmert, auch dieses Objekt zu vermieten. Zwischenzeitlich haben wir einen hundertprozentigen Vermietungsstand. Wir haben die DB Regio, ein Planungsbüro aus Zeitz, eine Firma, die in der Betriebskostenabrechnung tätig ist, ein Reiseshop, ein Imbiss und seit gestern die Stabsstelle für Regionalplanung und Strukturwandel des Bogenlandkreises im Objekt als Mieter. Im Hintergrund befinden sich die Gleisanlagen des Zeitzer Bahnhofes. Diese bestehen aus insgesamt acht Gleisen mit einer Gesamtlänge von 4,5 Kilometern. Errichtet wurden diese Gleisanlagen im Jahre 1914. Im Rahmen der Entwicklung des Zeitzer Bahnhofes gibt es natürlich verschiedene Gedankenansätze. Was kann aus dem Bahnhof werden? Wir sehen den Bahnhof nicht nur als reinen Gewerbestandort, sondern wir wollen natürlich diesen Bahnhof auch dauerhaft für die Zeitzer mit Leben abfüllen. So haben wir auch Voraussetzungen geschaffen, dass in dem großen Wartesaal dort die Möglichkeit besteht, verschiedene Veranstaltungen durchzuführen von grüner Wochenmarkt oder auch eine Verbindung mit unseren Stadtfesten, dann auch diesen Bahnhof dafür zu nutzen. Wir erhoffen uns auch bei der Sanierung und Entwicklung der beiden Nebengebäude, die Allgutabfattung und die Bahnpost, dass dort auch entsprechend die Nutzung in einem öffentlichen Charakter mündet. Es sind solche Gedanken wie Hostel, Cafés, Restaurants, die man dort ansiedeln könnte mit einem Blick auf die Elster. Das können wir uns gut vorstellen, dass sich so etwas dort entwickeln kann. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ein interessanter Aspekt ist auch der Standort des Bahnhofs an der Weißen Elster, weil diese Weiße Elster gehört zu dem blauen Band, wo in den nächsten Jahren eine Anlegestation errichtet werden soll für Kanu-Betrieb und Bootsverleihe. In der Nähe des Bahnhofs befindet sich ein Pavillon direkt an der Elster, der der Stadt Salz ebenfalls gehört. Dieser wird über Hochwassermittel in diesem Jahr fertiggestellt und saniert. Der Nutzer steht schon fest, das wird der Kreis Anglerverein sein, der dort eine Infopoint errichten will. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020